Hier lang. Hier drüben auf zwei. Hinter welchen Mauern? Achso, diese Deckung da. Ja, da gehen wir auch alle hin so ein bisschen in die Richtung. Oh, hier haben sie die anderen Deckung weggenommen. Hier standen nämlich paar Deckungen aus Holz damals noch. Aha, mit den Kabeltrollen. Gerade zu ist der Hügel. Wir machen mal hier hinten ein Stück hier so lang. Sucht ihr Deckung? Ja, da läuft die anderen links. Da läuft die anderen links. Hinter am Gebäude. Hügel, du musst doch mal mit deinem Snipererwehr mal irgendwie eine günstige Position suchen. Mittig auf dem Berg ist die Bombe. Wenn du da hinkommst, dann die Bombe entschärfen und dann haben wir das Spiel soweit gewonnen. Wir haben uns hier aufgefächert. Ehm mal eine Truppe nach rechts. Ehm mal eine Truppe nach links. Mit dir sind wir zwei Sniper. Gute. Gerade zu. Kontakt. Er liegt da. Gut, er ist raus. Ja, er ist raus. Sehr schön, sehr schön. Wo hast du ihn gesehen? Wie? Ah, ok. Auf 11 Uhr, ja? Kann ich nicht einsehen. Du siehst ihn besser. Hol ihn dir. Ja, der ist zurückgedrängt, oder? Haben wir zurückgedrängt, oder? Ist er noch da? Einfach noch mal, ja. Die sind da unten in dem Graben drinnen. Aufpassen. Da ist nämlich ein Graben. Da ist tieferer. Komm nicht hin. Komm nicht her. Okay. Hast du ihn rausgeholt? Geh vor zur nächsten Deckung da. Einer ist noch drin. Geh nach. Geh an seine Deckung, wo er gerade eben war. Zu dem Baum gehst du hin. Da hinten ist einer raus. Der hebt die Kralle. Hier auf 11 Uhr. Da ist einer raus. Den haben wir gerade rausgeholt. Geh mit. Geh mit. Geh mit. Geh mit. Zu der Deckung da. Zu den Bäumen. Hinter der roten Flatterwand jemals wieder. Ist du fertig? Los. Super, 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 super. Hier vorne ist ein Weg. Geh hier noch einmal hoch. Du bist mehr Rückendeckung. Du bleibst einen Moment noch hier. Kontakt, Kontakt! Lade! Lade! Nice shot! Lade! Lade! Lade!